You and I till the end, don't need to pretend again and again, we'll stick together, everything is alright, with you by my side, we won't say goodbye, we'll stick together. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Ich bin müde. Ich bin heute um sechs jetzt aufgestanden, damit wir jetzt hier alles schaffen, ich die Kinder ein bisschen eher wecke, weil um 7.30 Uhr kommt ihnen das neue Kleiderschrank und die beginnen dann auch mit der Montage und dann will ich mit allem durch sein. Also die Kinder sollen komplett fertig sein und so weiter. Ja, deswegen muss ich die Kinder heute auch ein bisschen eher wegkennen. Ich mache jetzt gerade nochmal die Brotdosen zu Ende und dann brauche ich echt einen Kaffee. Ich hatte gestern Abend auch eine echt anstrengende Spätschicht, bin da auch echt super spät erst raus. Ich war um 10.00 Uhr dann erst zu Hause und war dann nur kurz vor meinem Nachbarn. Ja, ich habe dann nur noch hier irgendwie was gemacht und bin dann echt so ins Bett gefallen und irgendwie fehlt mir ein bisschen Schlaf, muss ich sagen. Die Brotdosen sind fertig, aber da musste ich auch nicht mehr so viel machen. Also ich hatte gestern überwiegend alles vorbereitet. Ich habe jetzt bei Jahren nur noch den Apfel reingeschnitten und bei Mila das Toastbrot gemacht, weil sie überwiegend so ihr Vollkorn-Toast momentan eher zur Schule mitnimmt. Und das finde ich über Nacht dann immer vorbereitet, immer so, ist das so ganz wabbelig irgendwie wieder. Ansonsten hat sie sich wieder die kleinen Zimtrollen gewünscht, aber, oder Zimtschnecken, wie auch immer. Da gibt sie aber immer gerne immer eine ab, deswegen will sie immer zwei mit haben. Ja, ansonsten irgendwie, wie gewohnt, noch eine kleine Snackdose noch trinken und dann haben wir alles. Zum Glück herrscht hier nicht das größte Chaos in der Küche. Ich habe am Abend hier noch ein bisschen was gemacht und werde jetzt nur nochmal eben hier schnell wischen. Und dann mache ich mir einen Kaffee. Ich glaube, dann sind wir auch gut in der Zeit. Diesen hier nehme ich super gerne für die Küche von Clean Gang Kitchen Key. Richtig gut so nach Orange. Mitten in der Nacht habe ich dann getraut, nochmal getraut, das Kind, das unbedingt das Pferd wo aufwarte, hat ein Radiergummi genommen, hat das mit Bleistift an der Wand wegradiert, mein Name auch wegradiert und hat da ein Kreuzer und sein Name dahin geschrieben. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Und dann, was hast du dann gemacht? Einmal nicht aufgewacht. Aber trotzdem gut der Traum. Wie war gestern dein Training? Gut. Gut. Gute Schwester? Ja, wir haben Crocodile gespürt. Ja, ich habe doch mal kurz erzählt, dass ihr dann Tiere wart oder ein bisschen was? Kannst du oder? Nein, das ist nicht. Das wird Crocodile. Das war. Das war. Das war. Das war. Das war. Was ich hier nach hinten soll, ist komplett leer. Es heilt hier auch richtig. Schreibtisch habe ich jetzt hier komplett zur Seite geschoben und auch eben die ganzen anderen Sachen. Es liegt hier überall was rum. Also drunter liegt irgendwie Kleidung. Hier hinten stehen die Stapelsteine. Och, ich finde diese Anleger schwer zu ertragen, dieses Chaos. Aber es kann ja dann nur besser werden. Aber so haben die hier dann eigentlich genug Platz, ja, alles entsprechend aufzubauen. Willst du noch Frühstücken, Jari? Ja. Ja. Ich auch. Du auch. Ja, dann ab nach unten. Ähm, das ist auch auf der Klappe runterfallen. Oh je. Die beiden sind fertig mit Frühstück. Gleich nur noch Zähneputzen und dann sind wir bereit, wenn die gleich mit dem Schrank kommen. Die können jetzt mal eben eine Folge Welpenfreunde schauen. Ich will euch noch mal eben schnell Zähneputzen und ich zeige euch auch nochmal eben im Jaris neues Zimmer. Also Milas Möbel stehen da hinten drin. Und es sieht so gut aus. Ich bin richtig zufrieden, dadurch, dass der Wickeltisch jetzt auch weg ist. Und der so weit in den Raum geragt hat, hat man jetzt wiederum viel mehr Platz und es sieht alles irgendwie größer aus. Also ich finde es ganz gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Der Schrank steht da, das Schränkchen daneben. Ja, uns fehlt noch so ein bisschen so ein Ablagerort irgendwie für so die Kleidung. Die gibt es da oben drauf. Vielleicht kann man hier dann aber einfach auch nochmal so einen Haken oder so hin machen. Da können wir uns dann nochmal Gedanken machen. Aber ansonsten ist hier jetzt irgendwie wieder so ein bisschen mehr Platz. Ich konnte auch die Parkgarage jetzt hier hinschieben und das Bücherregal ist da so ein bisschen zur Seite gerückt. Also ja, ich finde es richtig, richtig gut. Wäsche habe ich nachher auch noch einzufräumen. Aber es ist jetzt ja auch wieder viel mehr Platz. Also hier hängen die Pullover und hier ist auf jeden Fall noch Stauraum. Hier die Hosen. Hier oben habe ich so Mützen und so weg sortiert. Ich glaube hier unten sind auch noch irgendwo Schubladen frei. Hier Schlafis. Hier sind irgendwie aussortierte Sachen drin. Und hier unten Spiele. Also ja, und hier auch noch so ein paar Spielsachen. Also richtig gut. Das ist das Zwischenergebnis. Zwischenstand. Nach einer Stunde. Wahnsinn. Er baut hier alleine auf. Die erste Schublade ist sogar schon drin. Kleiderstange. Wahnsinn. Es passt einfach so gut hier rein. Ah, das hört so gut aussehen. Schon die zweite Schublade. Richtig schön. Und alles mitgebracht, ne? Ach, ist das toll. Es kommen jetzt noch die Türen und dann ist der Schrank einfach fertig. Anderthalb Stunden. Und da steht. Der Wahnsinn. Der Month�로. Er ist ähnlich. So. Ich glaube, ich fütter gleich nochmal mein Anstellgut vom Sauerteig. Ich liebe ja diesen Geruch. Richtig gut. Ich fütter nämlich aktuell eigentlich zweimal täglich, damit er nochmal mehr Power kriegt. Aber ich überlege, wann ich das nächste Brot backen kann, weil ich morgen schon wieder Spätdienst habe. Ich habe das Wochenende wieder Dienst. Von daher glaube ich, werde ich erst Anfang nächster Woche wieder Brot bangen. Aber ich kann mein zweites Dinkelkartoffel rauslegen. Ich hatte ja letztes Mal Vorausschauens zwei gebangen. Das ist vom Vorteil. Und der Schrank steht. Ich habe mein Grinsen gerade nicht aus dem Gesicht bekommen, weil der so unfassbar schön ist. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt. Der Thomas, der da war, der hat das Ding in nicht mal zweieinhalb Stunden aufgebaut. Ich habe noch so einen Schrankaufbau-Trauma von unserem Schrank im Schlafzimmer, weil das irgendwie nicht gut gepasst hat. Wir haben es selber gemacht und jedes Teil zusammengeschraubt. Und der war so gut vorbereitet. Also, ich bin echt beeindruckt. Haltet euch fest. Ich muss weiter weggehen, damit die es auch in voller Größe sinkt. Oh, es ist so schön. Dieser Schrank passt einfach auf den Millimeter in diese Nische. Wir haben eine Höhe von 2,40 Meter gewählt, damit wir diese Höhe einfach auch gut nutzen. Und oben können ja Sachen liegen, die eben nicht häufig gebraucht werden. Genau, wir haben wirklich die Nische, weil das war so ein spezielles Maß, sowohl von der Breite als auch von der Tiefe halt optimal genutzt. Wir haben den Schrank über Schrankwerk konfiguriert. Das war auch super easy und haben uns eben für eine Seite hiermit Spiegeltüren entschieden. Und ich finde es so cool. Also ich glaube, da kann ich hier das ein oder andere Selfie vielleicht mal davor machen. Ich finde, das bringt auch immer noch mal mehr Tiefe für den Raum. Oder wie sagt man? Also, dass das einfach alles so größer noch mal wirkt. Und ich finde es so schön. Und der fässt sich so gut an. Also das ist richtig tolle Qualität. Es ist in Deutschland hergestellt und ist eine richtig gute Tischlerqualität. Ich wünschte, ihr könntet das fühlen. Aber es ist einfach... Wie schön kann ein Schrank sein? Also, den Schubladen auch. Müssen wir mal gucken, wie wir was einsortieren. Ich bin richtig happy. Hier ist auch noch mal so ein Schutz zwischen den Türen irgendwie damit, die nicht so aneinander stoßen und reiben. Und haben uns hier halt auch für so schlichte, schwarze Griffe entschieden, weil das passt irgendwie ganz gut auch mit unseren Türen hier. und auf der Seite ist dann eine Kleiderstange. Haben wir übrigens auch an Milas Größe angepasst, so ein bisschen. Also, dass sie jetzt auch schon ankommt, aber wenn sie natürlich wächst, dass es auch für sie eine gute Höhe hat. Und die Böden, den kann man später theoretisch auch noch rausnehmen und weiter nach oben setzen. Aber jetzt, glaube ich, passt das ganz gut. Dann können unten vielleicht auch noch mal Spiele oder so rein. und hier hat sie einfach jetzt richtig schön viel Platz. Ich habe mir mal eben meinen Lappen geschnappt. Ich mache jetzt mal eben ein bisschen die Spiegeltüren sauber. Ich habe keinen Glasreiniger mehr, aber ich habe diese Zauberwischtücher, die kennt bestimmt einige, wo man einfach nur Wasser braucht und die wirklich schlierenfrei alles sauber machen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich jetzt hier reinkomme über diesen Schrank. Es sieht einfach so schön aus. Wenn ich in den Kinderzimmern irgendwo ran muss, nehme ich mir immer Stapelsteine, weil die sowohl bei Yachty als auch bei Mieter sind. Dann muss ich gar keinen Tritt holen. Ist für die Arbeitssicherheit sicherlich nur so so lala. aber der 3 steht es für mich. Die Sachen zum Hängen. Jetzt müssen die anderen Sachen eingeräumt werden. Ich überlege jetzt halt, welche Schublade ich für was nehme. Hier kommen noch gleich Socken rein, damit die nicht so jetzt in der Schublade rumfliegen. Und ja, mal gucken. Ansonsten werde ich mit Mila nachher einfach nochmal in Ruhe schauen, was sie meint. Ansonsten kann man ja auch nochmal irgendwelche Schublade so ein bisschen umräumen. Aber so, dass jetzt die Kleidung erstmal grob eingeräumt ist. Es ist jetzt schon viertel nach elf, halb zwölf gleich. Ich sitze hier noch inmitten des Klamotten-Chaos von Mila, weil ich habe letztens die Sachen wirklich nicht aus dem Schrank geräumt. Und dann kam noch spontan Besuch nach der Schule zu. Und ich habe einfach alles nur in die Tüten und Kisten geschmissen. Deswegen nicht mal richtig vorsortiert. Aber mir hängt der Magen auf halb acht. Ich habe heute Morgen nicht gefrühstückt, weil irgendwie ja direkt aufgestanden, Kinder weg, dann hier Schrankaktion. Und deswegen mache ich mir jetzt mal eben schnell unten einen leckeren Smoothie. Das ist nämlich aktuell so mein Lieblingsfrühstück und ja, geht halt super nebenbei. Ja, das mache ich mir jetzt und dann geht es hier weiter. So lecker. So ein gutes Glas voll und dann hat man meistens noch, na fast noch eins. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen mehr abtrinken hier. Ich bin noch nicht ganz fertig hier bei Mila im Zimmer. Aber ich muss jetzt eine Pause machen. Und ich war jetzt so viel am Räumen und bin dann noch nicht fertig. So viele Bilder können wir dann auch noch aufhängen. Vielleicht kommt hier auch dieses große Regenbogenbild hin. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wollte ich euch noch mal zeigen, wie es jetzt von drin aussieht. Aber wir haben echt noch wahnsinnig viel Platz. Vielleicht kommt da auch einfach noch mehr von ihren Spielen rein. So sieht die linke Seite unteren aus. Oben ist halt auch noch komplett leer. Hier nur T-Shirts und Langarm-Shirts. Hier so Socken Unterhemden und sowas. Hier die paar Hosenröcke, Sommerkleider, Schlafanzüge. Und unten ist jetzt aktuell auch einfach nur so Grimmskrams-Volch drin. Also nur so Ordner von ihr. Und hier auf der Rechten hängen halt die Pullover, ein paar Jacken, Kleider, Hausschuhe, ein paar Spiele. Da oben sind ein paar Mützen und da oben noch Rucksäcke und Kostüme. Also sehr überschaubar. Ja, es ist aber doch noch so eine kleine Überforderung, wie man jetzt was am besten einräumt. Von daher, ja, wird es wahrscheinlich noch nicht mal so final so bleiben. Mal sehen. Ich habe für Schrankwerk auch einen Rabattcode bekommen. Der lautet Diana11. Damit bekommt ihr 11% auf eure Bestellung hier bei Schrankwerk. Also wenn ihr ein Möbelstück braucht oder wollt, was individuell angepasst werden soll, was aufs Millimeter genau irgendwo in der Ecke soll, unter eine Schräge soll, in eine kleine Nische soll, dann schaut da mal vorbei, nutzt den Konfigurator. Wie gesagt, ist echt nicht schwer und spart mit meinem Rabattcode ein bisschen Geld. Ja, ich bin richtig, richtig happy. Ich finde, der passt einfach hier wirklich optimal rein. Ich habe nämlich noch zwei Sachen von Mila zu dir geräumt. Findest du die bei deinen Spielsachen? Welche zwei Sachen sind neu? Lottie Karotti und das große Puzzle. Weil Lottie Karotti hat Mila ja ewig nicht gespielt. Das große Puzzle ist, glaube ich, für Mila schon zu einfach. Ich will das hier mit dir spielen. Okay, willst du das unten puzzeln oder hier oben? Hier oben. Ja, dann am besten hier auf der glatten Fläche. Pack schon mal aus, Mama macht sich eben schnell einen Kaffee, ja? Wie macht man das? Ich will alles puzzeln. Ja. Guck mal, müssen wir mal gucken hier. Hier ist eine Kraka, hier ist ein Teil von der Meerjungfrau. Achso, du hast schon zwei Teile zusammen. Guck mal, hier muss ein anderer Teil von der Meerjungfrau ran. Ach, guck mal, dann bist du aber schnell ja die Haare, hier oben, ne? Mhm. Wo ist hier der Körper? Die Schwanzflossen, hier. Das sieht gut aus. Okay. Jetzt haben wir schon den Körper vom Bauch. Oh, ist das netzte? Oh, das sieht nicht. Weißt du, wo das nun kommt? Weißt du das? Mh? Mh? Ich höre sie nicht. Ja. Aber Mama, ich habe eigentlich gesagt, zwei Spiegeltüren. Ihr seht ja zwei Spiegeltüren. Nee, ich wollte hier und hier. Ach so, nee. Das ist egal. Wow. Aber wie soll ich da denn ankommen? Ja, guck mal, es sind ja, da kommst du ja an. Oben sind gar keine Klamotten. Das sind nur Rucksäcke. Wenn du da ran musst, kannst du gescheit sagen. Parkband. Ja. Und unten sind noch Spiele. Musst mal nebenan gleich gucken, was da so ist. Mila wollte jetzt mit mir ihre Schulhefte machen. Die durfte sie mit nach Hause nehmen. Weil normalerweise gibt es da keine Hausaufgaben. Also das ist so eine freiwillige Sache, ne? Das kannst du jetzt machen, oder? Ja. Muss du nicht. Geht jetzt um alles und ist alles Mathe. Mama, weißt du, hier muss nur sieben finden. Okay, warte, ich hole mir was so sitzen, dann gucke ich mir das an. Mein Allround-Talent, der Staatenstein. Hier muss ein sieben, hier müssen die acht schon weg. Warte, trage die fehlenden Zahlen ein. Wo fängt die Kette an? Achso, eins. Achso, dann muss man eben die Zahlen zerspringen. Ja. Überspringen kommt eins, dann ist hier eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben, dann kommt hier acht und das null. Ja. Und hier muss sie, und guck mal, wie weit das geht. Weil, guck mal, hier, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Richtig. Gut. Wer ist denn hier so unglücklich? Du bist das. Ja, Mama, bist du fertig? Ich habe jetzt mit Mila abgebrochen. Papa macht jetzt mit Mila weiter. Ich möchte ja nicht, dass du hier nur wein sitzt, Ja, Re. Na, müssen wir nochmal drüber sprechen. Komm mal her. Ja, ja, dass du dich so anders sehen hast, Mama. Ja, danke, dass du dich entschuldigst, mein Schatz. Ich mache das auch gar nicht, wenn du so traurig wirst. Aber guck mal, manchmal willst du was mit Mama alleine machen, ne? So wie beim Posen. Und Mila möchte das manchmal aber auch, ne? So Mais flippst diese leicht gesalzenen, ja echt lecker, muss ich sagen. Kriegt jeder jetzt ein paar. Ist das deine? Ja, das sind deine. Ja, deine. Ne, für Mila gleich und Papa. Nimm schon mal mit nach oben. Geh jetzt noch ein bisschen und dann will ich mich, naja, in einer guten Stunde schon mal an die Vorbereitung fürs Abendessen machen. Entweder machen wir Glasnudelsalat oder so einen griechischen Linsensalat. Das ist auch so ein All-Time-Favorite bei uns. Muss ich gleich mal hierhin fangen. Theoretisch können wir beide Salate auch morgen jeweils mit zur Arbeit nehmen. Von daher ist es eigentlich egal. Wobei ich glaube, der Glasnudelsalat wäre dann noch besser. Müssen wir mal gucken. Essen ist jetzt soweit vorbereitet. Hier sind die Sachen, die halt einfach so in die Schüssel können. schwarze Oliven, eine Packung Linsen, Tomaten, Gurke, Petersilie, Feta, rote Zwiebeln. Hier ist das Dressing. Da ist Senf drin, Olivenöl, Zitrone, Ahornsirup, Salzhöffer. Und dann haben wir das noch, was noch in den Ofen kommt, Zucchini und Paprika. Das heißt, das schieben wir nachher für eine halbe Stunde irgendwie in den Ofen und dann wird das Ganze vermengt und das ist echt so lecker. Also wir essen den richtig, richtig gern. Schmeckt natürlich am besten, wenn man ihn auch wirklich so lauwarm quasi dann isst. Und ja, wahrscheinlich, also mit morgen zur Arbeit mitnehmen wird das nichts, weil wir machen am Ende Hälfte, Hälfte und dann ist das unser Abendbrot. Ja, richtig lecker. Ich schreibe euch das auf jeden Fall mal in die Infobox. Ich glaube, ich beende den Vlog dann auch an dieser Stelle. Genau, morgen haben wir beide wieder Arbeit. Von daher, mal gucken, wann ich schaffe, den Vlog auch zu schneiden. Und nochmal zur Erinnerung, Rabattcode für Schrankwerk, Jana11, ihr bekommt 11%. Ich setze euch den Link und alle Infos nochmal in die Infobox. Wie gesagt, wenn ihr wirklich ein Möbelstück nach Maß haben wollt, passgenau für irgendwie eure Wohnsituation, dann schaut da mal vorbei. Also eine bessere Lösung kann es glaube ich kaum geben. Und ja, von daher beende ich somit jetzt den Vlog und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.